Er konnte denken bis die Schwarte kracht, das hat ihn berühmt gemacht. Er trug Beröcken und ein Rüschenhemd und hat gern mit Jungs gepennt. Die Logik war das Steckenpferd der Philosophen-Trans aus Königsberg. Er war ein alter Sack mit viel Verstand. Immanuel Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant sagt, was geht. Ob der Mensch nun von Natur moralisch gut oder böse ist, keines von beiden, denn er ist von Natur gar kein moralisches Wesen. Immanuel Kant, Immanuel Kant.